Mein Name ist Christian Margeros. Offiziell bin ich während der Schür. Aber wirklich geht es, was ich mache. Ich fahre Velo. Ich bin auf der Straße für die Zeitführerin und bin mein Dritt-Olympi-Spieler. Es hat euch nicht alles gut angefallen. Es hat eine ganz gute Qualifikationsperiode und dann kaum nicht verteilt. Im Jahr 2020 mit Corona-Virus. Es ist wirklich speziell, weil man lange wartet in der Präparation, wo ein bisschen ole-ole. Es ist ein bisschen kompliziert, sich darauf zu präparieren. Sportlich hoffen, dass ich auf der Straße Kurs meine Resultate von den fielderischen Spielern zu verbessern, weil ich besser bin auf einem Ölstingplatz. Ich mache euch nicht unbedingt Ritual. Ich meine, ein bisschen weniger muss ich essen. Ich muss konzentrieren, den Kurs zu machen. Ich mache euch nicht unbedingt einen Tick, den ich auf hier werfen kann. Team Lötze-Bürsch, zusammen ein Ziel.